Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Draw Fortress Tutorial. Und zwar heute geht es ums Hospital, denn ihr seht schon, Blut, Verderben, überall, überall sind verletzte Zwerge. Und wir haben noch kein Hospital, um diese Zwerge zu versorgen. Das heißt also, wir werden uns jetzt mal darum kümmern, einen entsprechenden Raum dafür herzustellen. Und zwar zeige ich euch, wie ich ihn normalerweise baue. Er ist ein bisschen anders, als dass man ihn so kennt. Aber es ist einer der effektivsten Methoden, die ich bis dato herausgefunden habe. Also als erstes gehen wir mit D auf Mining. Machen uns hier erstmal so eine kleine, schöne Fläche, wo wir halt einfach den OP-Saal haben. Wo wir halt einfach die ganzen Leute drin liegen haben, die krank sind, die halt einfach behandelt werden müssen. Dann machen wir jetzt erstmal einen relativ kleinen Raum. Sagen wir mal so, hier nochmal vier in die Richtung und hier so ungefähr. Das müsste ungefähr hinkommen, denn hier wird ungefähr ein Bett sein, hier wird ein Tisch sein. Und irgendwo hier wird eine Traction Band... Okay, machen wir nochmal zweimal bereit. Das heißt also, er wird dann hier zwei, vier, sechs, sieben mal neun sein. Sieben mal neun ungefähr. Ist aber nicht genau wichtig, ihr müsst euch nicht genau daran halten. Effektiv ist daran, dass halt diesen Raum halt alles Platz hat, was ihr brauchen werdet. Ich werde hier noch etwas mehr hinzufügen, denn ich baue normalerweise so, dass in dem Hospital auch die Quartiere der Ärzte drin sind. Zum Beispiel hier machen wir jetzt einfach mal hier so ein 4x1 Feld. Das machen wir gleich dreimal oder machen wir einfach mal die ganze Reihe, damit es schön ist. So, das baue ich dann einfach mal so hin. Und ich baue hier dann auch nebenher gerne mal so ein kleines Lagerräumchen. Zwei um genau zu sein, weil einer soll nämlich später für die Nahrung sein und für die Getränke. Gut, ihr werdet mich gleich wiedersehen. So, jetzt haben die Miner ihren Job fertig gemacht und haben das Krankenhaus erst einmal so grob aus die Steine herausgeklöppelt. Und nun werden wir ans Eingemachte gehen. Und zwar als allererstes machen wir wie folgt. Wir räumen jetzt erst einmal das ganze Hospital erstmal ein. Wir drücken P, um einen Stockpile zu errichten. Gehen dann auf mit F für Food. Sagen einfach mal, hier sollen Food Stockpile hin und hier sollen Food Stockpile hin. So, aber das wird nicht ganz reichen. Aus dem einfachen Grund, weil dann immer nur das ganze Nahrungsmittel größer reingeräumt wird, was die gerade bei dem Hauptlager nicht zur Verfügung haben, was am Platz nicht zur Verfügung steht. Das heißt, da kommen immer nur so Mischmasch-Sachen rein, wo wir nicht genau wissen, was kommt da jetzt effektiv rein. Darum drücken wir jetzt Q, gehen jetzt mal auf den jeweiligen Stockpile und drücken S für Change Settings. So, jetzt können wir mit dem Pfeiltasten hier auf Food manövrieren und blocken erstmal mit B alles. So, jetzt haben wir alles hier ausgeschalten, was wir hier an Nahrungsmitteln so allgemein haben. Ich möchte hier nur Prepared Food haben, also das heißt, vorbereitete Nahrung. Das heißt, ich drücke U für Prepared Food. Das ist hier unten angezeigt. Ihr könnt aber auch jegliche andere Nahrungsmittel hier auswählen, wie zum Beispiel Fisch, Eggs, Plants und andere Sachen. Drinks noch nicht, weil die Drinks möchte ich nämlich in dem anderen Stockpile haben. Ich möchte nämlich jederzeit sehen können, ich drücke wieder B, damit das nicht sinkt, damit das alles geblockt wird. Ich möchte jederzeit sehen können, ob die es benötigen oder nicht, um den Überblick zu wahren. Das heißt also, ich drücke jetzt P für Permit Drinks und ich möchte auch Animal Drinks machen. Das mache ich immer so als gemeinsam. So, das wird aber im Grunde genommen nicht reichen, weil das ist immer noch Co-Garant dafür, ob der Stockpile auch tatsächlich beliefert wird. Darum drücken wir jetzt T, um den halt zu sagen, er soll von einem gewissen Stockpile was wegnehmen, denn hier ist mein Hauptstockpile, wo alles an Nahrung und Getränken drin ist. Und drücke dann, wenn ich jetzt über diesen Stockpile bin, Enter, dann springt er wieder zurück zu dem Stockpile, wo ich das ausgewählt habe. Und hier steht Take, also Take, in dem Fall müsste es heißen Take From, Take From, Food Stockpile 23, was mein Hauptstockpile ist. In dem halt Getränke und präparierte Nahrung liegt. So, dasselbe mache ich hier drüben auch. Drücke wieder T, gehe hier hoch zu meinem Stockpile mit den Nahrungen und den Getränken, drücke dann wieder Enter und dann wird jetzt da gleich mein ganzes Zeug hergeholt. So, jetzt wollen wir auch das allgemein bemöbeln, das Hospital. Wir drücken B, drücken T für den Table, den wir gleich brauchen werden. Und zwar nehme ich, oh, stellen wir hier mal ein paar hin, hier stellen wir noch einen hin. Mache ich gerne immer einen Abstand, weil es schaut schöner aus. Und hier wird das nicht ganz klappen mit der Symmetrie, weil nämlich, ne, wenn schon symmetrisch, dann komplett symmetrisch. Dann nehmen wir das hier mal weg. Hier kommt wieder der Symmetrie-Fanatiker in mir durch. Manche Minecraft-Spieler werden das kennen. Machen wir hier den Tisch hin, wieder T für den Tisch. Die Lomit-Table, hier ein Table, Marble, ne, wie ist der? Mika. Bauen wir hier noch ein Table hin aus Mudstone. Ja, was unschickeres, aber Mike ist halt so. Bauen wir hier noch ein Table aus Granit hin. Dann brauchen wir ein paar Betten. Und zwar nehme ich erst mal das Bett für den Chef allgemein, für den Chefarzt. Dann ein Bett für den Patienten selber. Ich habe jetzt gerade nicht genug Betten verübert. Die haben die noch nicht abgebaut, die ich Ihnen befohlen habe. Dauert leider noch ein bisschen. Und dann drücken wir D für Door. Dann suchen wir uns hier ein schönes Mudstone-Door aus. Drücken hier auch nochmal eine Mudstone-Door hin. Und ja, jetzt brauchen wir noch ein Chest mit H. Ein Container heißt der hier. Den pflanzen wir einfach mal hier hin. I would chest. Und wenn wir schon eine Traction-Bench überhaben, die können wir aus dem Tisch und einer Kette bauen. Im Mechaniker-Workshop. Die wird beide Sachen, also der Tisch wird im Stone-Menü, im Mason-Workshop hergestellt. Die Chain wird unter Möbel im Smith-Workshop gebaut. Und gut, Traction-Bench wäre, glaube ich, Groß-R. Jo, ist sie. Groß-R für Traction-Bench. Ich brauche mal eine aus Granit hin. Die Traction-Bench wird im Mechaniker-Workshop gebaut. So. Weil ich aber da will, dass meine Ärzte-Zwerge immer die sind, die am letzten den Wahnsinn einherfallen, kriegen die auch noch immer das schönste Zeug, damit die halt immer wieder was Schönes sehen und sagen, ha, ich habe zwar hier gerade einen Kerl sterben sehen und es war mein bester Kumpel oder meine beste Freundin oder mein Kind oder weiß Gott was, aber das ist nicht wichtig, denn ich sehe eine schöne Tür. So ungefähr werde ich das ungefähr hier halten. Daher werde ich ihm auch noch ein paar andere Ausrüstungsgegenstände geben, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal H drücke für den Container, gebe ich den in seinem eigenen Zimmer, suche ich mir eine schöne Kiste aus, hier wäre es eine Highwood-Chast, die schön hochgearbeitet ist, schön edel. Dann, was geben wir noch, ein Kabinett, habe ich eins überhaupt frei? Jo, ich habe eins. Und zwar nehme ich ein Mika-Kabinett, schön verziert und allem möglichen drum und dran. Wie immer verziert, kann ich euch später mal zeigen. So, jetzt haben wir den ersten Schritt getan, indem wir das Zeug erstmal grob hergerichtet haben. Aber was wir erstmal vorher wichtiger brauchen, ist erstmal den Hauptarzt selber. Das heißt, wir drücken N für die Nobles, weil der Chef Medical Draft ist ein Noble. Dann drücken wir mal Enter und suchen uns hier auch mal den besten Diagnose aus. Es ist nur wichtig, dass er Diagnose beherrscht. In dem Fall habe ich hier einen High Master Diagnostik. Der war vorher mein Chefarzt. Ich habe nämlich mein Hospital nochmal zerstört, damit ich für euch schön nochmal zusammenbauen kann. Der muss dann auch nur Diagnose beherrschen. Der soll sonst nichts anderes können, weil nämlich meistens macht der Chef Medical Draft nicht mehr viel mehr. Das heißt also, er wird unser Chef Medical Draft. So, jetzt werden wir das Ganze erstmal herrichten lassen. Jetzt müssen die erstmal die ganzen Sachen herschleppen. Das wird jetzt auch wieder eine Weile dauern, weil die Festung hat schon eine gewisse Größe erreicht. Und daher werde ich euch das jetzt erstmal ein bisschen ersparen. Und wir machen jetzt einfach mal einen kleinen Schnitt. So, da sind wir wieder. Das ganze Zeug ist jetzt erstmal reingeschleppt worden. Und der Großteil ist schon da. Ihr seht auch schon, die Nahrungsmittel und Getränke wurden hergeliefert. Aber wir haben noch ein kleines organisatorisches Problem. Und zwar wie folgt. Zwerge sind scheiße faul. Wir haben ein grundsätzliches Problem, dass wir diesen Stockpile immer dafür sorgen müssen, immer nur mit vollen Töpfen beliefert zu werden. Beziehungsweise mit vollen Töpfen ausgestattet zu sein. Daher suchen wir uns erstmal ein gemütliches Plätzchen. Machen einen mit P einen zweiten Barrow. Der sollte Furniture sein. Das heißt also U. Dann stellen wir hier einfach mal so einen kleinen Barrow hin. Und in dem sollen mit Q und Settings nur Sachen vom Typ. Erstmal drücken wir auf Typ F, damit die ganzen Sachen verbündet sind. Dann will ich da nur Barrels and Big Large Pots oder Food Storage haben. Das heißt also hier sind die Food Storage bzw. Large Pots, die ich gerne verwende. Die kann man mit Enter aktivieren. Und Barrels will ich darauf haben. So, und dasselbe machen wir jetzt im Prinzip mit den anderen Stockpiles. Wir drücken T und sagen ganz einfach, auf den Getränke-Stockpile sollen alle leeren Sachen aufgenommen werden. Dasselbe machen wir hier auch mit dem Nahrungsmittel-Stockpile. Somit wird immer dafür gesorgt, dass dieser Stockpile, solange halt dieser Stockpile nicht voll ist, das heißt also ihr müsst auch eine geregelte Nahrungsmittelproduktion haben bzw. Getränkeproduktion, wird dafür immer gesorgt, dass die unteren Stockpiles immer nur mit Nahrung versetzt sind und nicht irgendwie von leeren Stockpile-Systemen in Form von Fässern oder Pots vollgestellt sind. So, jetzt wollen wir erst einmal dafür sagen, dass es überhaupt ein Hospital ist. Das heißt also die Zwerge müssen das auch erstmal wahrnehmen können, dass sie da überhaupt behandelt werden können. Darum drücken wir I für eine Zone. Die Zone soll nur im OP-Saal wirklich dargestellt werden. Dann habt ihr die Zone hier, die ist mit A aktiv geschalten und mit H soll sie zum Hospital umgeschalten werden, so definiert werden. Mit Groß-H könnt ihr dann hier auch an der Seite sehen, was bereits alles da ist. Es ist ein Bett da, 5 Tables, ein Traction Bench und eine Box bzw. Bags. Die Bag ist nötig bzw. die Box ist nötig, um das Material für die jeweiligen Zwerge, die dort behandeln, überhaupt herzuliefern. Die meisten würden jetzt sagen, hm, das ist jetzt schon genug. Aber ich habe, wie gesagt, hier noch ein etwas feineres Hospital. Darum werde ich hier jetzt das Bett nehmen und jetzt hier einen Raum zuweisen. Mit R kann ich hier einen Raum festlegen. Der wird dadurch, dass ich die Tür drin habe, auch nicht weiter größer. Diesen Raum drücke ich mit A auf Assigned Bed, dann suche ich mir hier den Chef Medical Draft raus. Der ist hier einfach nur mit Chef Meds dargestellt und weise ihm dieses Bett zu. So. Damit ist der Chef Medical Draft schon mal für dieses Bett zugesichert. Das heißt also, er weiß auch, darin kann ich schlafen. Da ist aus irgendeinem Grund noch einer mit drauf, warum auch immer. Ähm, das werden wir jetzt aber gleich sehen, was, äh, wie wir das dann noch weiter machen. So. Aber, ich will, dass da tatsächlich, die Effektivität herrscht schlechthin. Das heißt also, ich will, dass die Zwerge diesen Ort nicht verlassen. Das Hospital. Darum drücke ich jetzt W für Borrow, mache mit A einen neuen Borrow. Der heißt in meinem Fall als Borrow 3, weil ich jetzt schon drei Borrows hatte. Wenn er blau aufscheint, der Borrow, drücke ich Enter. Dann habe ich hier den Borrow an sich. Kann hier auch mit meinem Mauszeiger wieder weiter rumgehen. Und weise ihm das ganze Hospital zu. Diesen Borrow. So, dann blinkt das Blau. Und dieses Borrow, diesen Desen Borrow, kann ich mit N auch einen Namen geben. Den nenne ich mal Hospiz. Mit Enter bestätige ich das Ganze. Und will jetzt aber auch einen, ähm, Citizen zuweisen. Darum drücke ich jetzt auch wieder Escape. Dann wähle ich wieder Hospiz aus. Und hier unten drücke ich dann C für Add Citizen to Borrow. C. So, ich suche mir jetzt wieder meinen Chef Medical Draft raus. Wo ist denn der? Wo ist der Bar C? Diagnostik. Gefunden. Und drücke, und weise ihn jetzt mit Enter zu. So, jetzt ist sein Name grün. Und alle Namen, die jetzt grün ausgewählt sind, sind zu diesem Borrow zugewiesen. Das heißt, so mit Escape und Escape. Und nochmal Escape. Lassen wir das Spiel jetzt auch wieder weiterlaufen. Jetzt müsste jeden Moment der Chef Medical Draft hier vorbeikommen. Ist er das schon? Ne, ich glaube nur, das ist ein Diagnostiker. Jo, das ist ein Diagnostiker. Der müsste jederzeit vorbeikommen, weil er darf dann nicht mehr diesen Borrow verlassen. Und darum brauchen wir auch die Getränke hier. Wir brauchen hier die Nahrung und brauchen den Raum, seinen privaten Raum. Weil dann soll nämlich der da komplett sein ganzes Leben verbringen. Während die Zwerge jetzt hier erstmal eifrig die ganzen Materialien heranschaffen, wenn wir I drücken und groß H, sehen wir nochmal genaueren Stand. Wir haben jetzt schon 1000 von 5000 Clothes und ein Bucket. Bei den Schichten hier müsst ihr ein wenig aufpassen, weil die Zwerge tun mehr rein, als maximal notwendig ist. Die tun eigentlich das Maximum rein, was überhaupt vorhanden ist. Das machen sie immer wieder gern. Es ist ein kleiner Bug, der noch existiert. Hoffentlich wird er beim nächsten Update, das jetzt endlich mal kommen sollte, gepatcht. Daher einfach mal ein Auge drauf haben, falls ihr irgendwelche Engpässe habt, einfach diese Chest abbauen. So, das war es jetzt im Grunde genommen auch schon. Das Hospital müsste jetzt schon funktionieren. Da ist es zugewiesen worden. Es ist ein Burrow zugewiesen worden. Der halt, ähm, habe ich jetzt den, habe ich jetzt tatsächlich der Hospiz zugewiesen? Und jetzt echt aufpassen. Jo, habe ich. Schön. Habe den zugewiesen. Kontrolle ist immer gut. Und jetzt müsste er, wie gesagt, jeden Moment mal vorbeischneiden und diesen Raum auch nicht mehr verlassen. Das heißt also, sobald ein Zwerg herkommt und irgendwelche Verletzungen hat, wird er auch gleich von ihm behandelt. Denn er hat sowieso gerade nichts zu tun. Und da ist er auch schon, unser Chef Medical Draft. Nimmt gerade mit dem Military Commander einen kleinen Snack ein. So, das ist im Grunde genommen, wie ein Hospital schon funktioniert. Im Prinzip macht ihr das nichts weiter, als dass ihr hier an der Seite mehrere kleine Privaträume zuweist, also aufbaut und zuweist den jeweiligen Leuten, die ihr als Ärzte haben wollt. Einmal einen für Surgery, einen für, also für Chirurgie, einen für Knochen und so weiter. Ihr werdet mehrere brauchen. Im Prinzip zeige ich euch jetzt nur grob, wie es funktioniert. Den weiteren müsst ihr hier dann hinzufügen. Ihr müsst eindeutig halt einfach für, ja, einen Chef Medical Draft zuweisen, der nur diagnostiziert, weil mehr kann der auch dann zum Schluss nicht. Und einen tatsächlichen Arzt, der das Ganze dann ausführt. So, ich hoffe, dass es euch jetzt gefallen hat. Ich hoffe, es war informativ und kurz genug. Und damit verabschiede ich mich für dieses Tutorial. Wir sehen uns nächstes Mal. Bitte. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!